Und hallo, da sind wir wieder. Ich gehe wieder in Team Blau rein. Ich nehme wieder meinen Charakter und lege einfach mal los. Ok, tut das aua aua? Nein. Ok. Oh, ein Charakter. Der Vektor bleibt aber ganz schön lange dort. Naja, da ist niemand. Nein. Wo kommt der denn her? Was? Hä? Was? LOL Wo kam der Stein her? Hast du mich erwischt? Ey. Wow. Okay. Okay. Verteilige unsere Vorgesetzten. Na gut, okay. Hallo Herr Kerkermeister, sind Sie das? Wo bist du überhaupt? Ach, der trägt eine neue Rüstung. Nein. Nein, der trägt ja nichts. Ich dachte die Schulterplatten sind. Nein, aber sind sie nicht. So. Das ist stechen. Das ist hieben. Aha. Yay. Auch wenn das nicht so geschehen wie das kletter Kampf war, aber okay. Kann ich das nicht eigentlich? Ah, ich kann nicht. Okay. Dann machen wir mal einen auf Lab-Garde. Ah. Ich sollte vielleicht... Ich bin ja mal eine tolle Lab-Garde. Hm. Na. Wow. Drei Minuten. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Wow. Wow. Ja gut, okay. Dann... Ich verlasse mal das Spiel. Und gehe einfach nochmal in... Ja, in eine Server rein. Oh Mann. Drei Minuten. Und ich lache das schon vorbei. Oh. Fitoria. Oh. Mal gucken wie das jetzt mit Fitoria aussieht. Mit der Leistung. Ich weiß noch, äh... Als die Map rauskam, da war es sehr laggy in der Aufnahme. Keine Ahnung warum. Es gab glaube ich einen Performance Fix unter Updates. Mal gucken wie es jetzt läuft. Ich weiß nicht mehr, ob ich danach dann auf der Map nochmal gespielt habe mit Aufnahme. Hm. Ich glaube das mache ich zum zweiten Mal in der Aufnahme, dass ich währenddessen trinke, oder? Ja, ich glaube schon. Okay. Gehen wir mal wieder in... Blau rein. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Wieso sind wir hier? Keine Ahnung. Äh... Benutzer Fackeln... Oh! Bewerberungsturm niederbrennen. Okay. So. Wir sind hier voll. Okay. Ach. Eine Bandage. Sehr schön. Ach. Jetzt mache ich mich wieder einen Aufsackel auf. Okay. Da sind Zivilisten. Warum auch immer man die tötet und nicht gefangen nimmt. Ich meine... Ich meine... Leben bringen die doch Steuern ein, oder? Wie komme ich zu einer Fackel da hoch? Wie komme ich zu einer Fackel da hoch? Ingroschreifen. Oh. Herrlich. Hä? Was jetzt? Ah. Gut. Dann gehe ich mal hoch. Äh... Das ist der Schützentrum, ne? Genau. Da geht es nicht hoch. Mann doch. Hier geht es hoch. Da! Kannst hier werden auch verpacken? Hallo! 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 Ähm... Was geht denn hier ab? Ähm... Was geht denn hier ab? Was war? Na gut. Jetzt verteidigt er sich. Ist der Turm schon wirklich niedergefallen? Jawohl! Oha! Oha! Wieder brennt! Oder wurde da nur beworfen? Nein! Dankeschön! Ohhhh... Hey... Nein! Mmmm! ich bin im teppich toll ich wollte da gerade drüber ich finde das nicht gut dass man... naja wie sage ich... ey dammit von rechts oder? ja das war der zivilist ja also was ich sagen wollte ich finde ich ja finde es nicht gut dass man unschuldige harmlose zivilisten niederstrecken muss ich meine warum nicht gefangen nehmen als geisel oder so ne? er hat eine plagen dr maske ganz ehrlich ich würde die einfach evakuieren wenn ich blau wäre ja ok aber ja mordhau ne? und wieder einmal leitwache oh wow in der weihnachtsfechterei ich hab jetzt mal... ah ok die... ja ok der punkt wurde eingenommen gut mach ich mal da weiter ich geh mal da lang manno warum läuft das bei mir nicht einfach offline gegen 64 NPCs? ja bots kein problem ok läuft flüssig gute reaktionszeit von mir gut parieren aber hier ah ich glaube hier bin ich falsch oder? ja ach man entschuldigung wie soll ich nicht mehr muss ich hier lang da hin? ok ach komm ich geh auch mal zum punkt dahin toll weil der typ mich geblockt hat na gut ok passiert und wie komme ich jetzt da runter hin hier hey toll hat mich ein teammitglied getötet toll habe ich die habe ich direkt ausgemacht anwenden so jetzt jetzt oder alles ausmachen was ich nicht brauche und hier mache ich mal zu das wäre es doch wenn wir einfach den gegner reinlassen der feind erobert den bergfried nein oh nein toll ach komm wenn ich schon mal erobern gehe dann gehe ich auch erobern da sind zu viele da komme ich nicht rein da komme ich da wirklich nicht rein ey wie der mich einfach von der seite angeschaut hat da komme ich wirklich nicht rein oh mann weg damit also wirklich jawoll jawoll naja gut wenig skill aber hey für das ego das ist mal wow alter boah das war knapp helfen irgendwas mit der kühlschade keine ahnung weg klima hallo helft was nein wahyd was hat das denn ich bin 3 bei uns auf der hänge geblieben Nein, Spawn! Okay, für jemanden, keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht wen. Ich würde einfach sofort verschwinden. Und warum? Hm. Alter, was geht denn hier ab? Das ist vielleicht ein bisschen zu Kraft mit den Wegstolls. Okay, das sieht aus wie ein Obi-Wan-Sterbemoe. Das ist... Wo ist er hin? Hey! Ach so! Hey! Jo, das war knapp. Oh cool, wir haben ein Medik. Hoch. Lift to tell the tail. Aronischer freigeschaltet, okay. Engarde. Wow. Hä? Hä? Mann! Okay, die verschwinden alle wie Obi-Wan-Kenobi. Hm. Hm. Ah. Ui. Das sollte ich vielleicht umschalten? Oder lieber nicht? Ach komm, ich lasse das mal so. Ist lustig. Äh, ist irgendwo eine Leiter? Aha! Hm. Ja, ich bin nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Nein doch, Moment. Mensch. Das ist eine Definitionssache. Hm. Okay. Fliegende Waffen. Unter mit den Leitern hier. Hey. Hey. Nein. Was machst du? Boah. Hat das mich erschrocken gerade. Sowas von. Haha. LOL. Wie lustig. So, ich geh mal. Vorsichtig weg. Mich hat niemand gesehen. Ich könnte das hier noch überleben. Was für Essen? Nein. Gut. Ich bin voll geheilt. Wah. Hey. Komm zurück. Nimm zwei Hände. Ja. Hi. Oh. 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 Okay. Wie auch immer er jetzt gestorben ist. Scheint mir ist runtergefallen. Ey. Ey. Toll. Äh. Toll. Toll. Schon ein Weg? oh okay wir haben schon einen weg im team ach deswegen gewinnen wir verstehe oh ich kippe meine oh okay hey wer ein pfeil okay hallo man konzentriert nicht mehr entschuldigung entschuldigung wer wird okay wow nicht richtig ja richtig genug aber ich gehe mal lieber erobern aber ich muss sagen die aufnahme läuft glaube ich soweit ganz gut oder aha eingesichtet ja gut okay karma würde ich mal sagen ja kein problem ach komm ich antworte sie mal wie war das t? wie kann ich t? ah y sorry no problem karma hop yeah naja mal mehr als ich negativ kd man ich hab doch gedrückt es läuft nicht im online ich brauche ein update für mein computer. keine ahnung. vielleicht sollte ich... ich weiß nicht... Mordhau? Mordhau einfach mal nicht weiter aufnehmen, während ich... ich weiß nicht... ach keine ahnung ich glaube ich zweifle einfach gerade an mir selber ein bisschen so und 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 jawohl nein damit okay wie komme ich raus ohne jemanden rein zu lassen über die mauer springen ja die leiter liegt jetzt dort außen rum glaube ich genau außen rum geht und zwar nein durch die mauer da unten genau es sind nur noch fünfzig und gegner ist das? schau mal nur jutzte okay okay aha aaaaaah wow was nein daneben aaaah Aber er lief das doch gerade so gut. Ach, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 1. Und die Schlacht ist vorbei. Schade. Ach, Manno. Ein Sieg, über den ich mich nicht erfreuen kann. Komm her, du. Nein. Aber hey, XP und 630 Gold. Juhu. Gut, 25... Ui. Okay, äh... Das war's mit diesem Spiel. Kann sein, dass das am Aufnahmeprogramm liegt oder nicht. Auf jeden Fall. Mein Rechner ist scheinbar von der Leistung nicht gut genug, um flüssig wie bei den anderen YouTubern auf YouTube Mordhau aufzunehmen. Äh, zu spielen. Äh, zu rennen. Wie sag ich das? Zu bearbeiten. Neben dem Aufnehmen. Mal gucken. Ich probier mal, glaube ich, dann eine Runde offline. Mal gucken, wie es dann ohne Aufnahme läuft. Hoffentlich krieg ich dann nochmal zwei Tore her. Ja, und... Ansonsten... Nächste Folge... Äh... Invasion. Dann Horde. Und dann vielleicht mal gucken, Battle Royale. Aber sonst, bis dahin... Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Und... Äh... Mögen bei euch die Spiele... gut laufen. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Tschüss.